Die 3000A Plus vom Bandkontroll ist eine Stromzange für sehr große Wechselströme bis zu 3000 Ampere. Besondere Highlights sind die echteckte Defektmessung TrueRMS, womit man auch nicht sinusförmige Ströme genau messen kann, dann das flexible Kabel, mit dem man die Zange sehr kompakt zusammenlegen kann und auch an schwer zugänglichen Stellen messen kann und die automatische Funktionswahl. Das bedeutet, alle Funktionen Gleichspannung, Wechselspannung, Wechselstrom, Widerstand und Frequenz werden automatisch vom Gerät erkannt und ausgewählt. Der Benutzer braucht nur die Einschalttaste drücken und zu messen. Bei einer Stromzange mit automatischer Bereichswahl und automatischer Funktionswahl braucht man nur die Einschalttaste betätigen und bei Bedarf die Displaybeleuchtung einschalten. Die richtige Funktion, in diesem Fall Wechselstrommessung und den richtigen Messbereich, erkennt und wählt das Gerät automatisch. Die flexible Stromzange hilft, auch an sehr engen Stellen zu messen, wo man mit einer herkömmlichen, starren Stromzange kaum mehr zwischen die Leiter käme. Neben der Stromstärke von ca. 5 Ampere wird im Display auch die Frequenz angezeigt. Mit der Data-Holtaste kann man die Anzeige fixieren, sodass die Messwerte auch nach beenden der Messung weiter angezeigt werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.